hallo leute wenn ihr wissen wollt wie er aus alten handys aus cpus oder aus speichermodulen das gold ausholt mit einfachen mitteln ohne großen aufwand sowas hier in der richtung schön glänzend viel reines gold welche chemikalien ihr braucht was für ein setup also was für ein behälter wie viel wasser was für chemikalien und 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 dann meldet euch klickt auf den link hier unten drunter geht auf meinen blog dort gibt es ein ebook da steht alles drin ihr kriegt alle adressen alles das was die anderen geheim halten wo ihr den gold schrott billig kaufen könnt wo ihr entscheiden lassen könnt wo ihr ihn wieder loswerdet auf was ihr achten müsst und 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 interessante threads in foren in verschiedenen webseiten von anderen blogs alle links alle kontakte alle informationen und dann könnt auch ihr demnächst schönes gold ernten denn die dies wissen wie es geht die verraten es euch nicht und ich habe 20 jahre lang platinen entwickelt und gemacht und ich kann euch ganz genau sagen wie das funktioniert also noch mal geht auf den blog klickt auf den link da unten besucht mich da und erfahrt alles weitere bis dann tschau